Alpha Kevin dankt Shuyoka und Ascoron. Denn so ganz schlecht scheint es Alpha Kevin ja mit dieser Aktion von Shuyoka und Ascoron nicht zu gehen. Hier sehen wir mal die aktuelle Statistik schon. Er hat dazu ein kleines Stream-Highlight hochgeladen. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Wir sehen hier, er hat die Quelle angegeben. Quelle Twitch.tv aus der Shuyoka. Ich weiß gar nicht, ob er noch auf was von Twitch.tv aus der Shuyoka reagiert. Aber ich würde die jetzt einfach zur Not mal dauerhaft eingeblendet lassen. Sicher ist sicher. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt folgendes an. Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt folgendes an. Boah, er hat nur Zuschauer gesagt. Guck mal, wie toxisch männlich der ist. Der passt richtig gut in den Boys Club. Vertrau mir. Äußerst interessant. Wobei, nee, die Quelle muss ich gar nicht einblenden. Weil links unten, da steht Shuyoka als Quelle, aber das machen wir jetzt nicht. Folgendes. Wir gucken uns jetzt mal an, was es mit meinem Kanal gemacht hat. Also, ob es einen Streisand-Effekt gab. Wie sehr mir Askeron geholfen hat oder auch nicht. Ein Streisand-Effekt. Da hört man den Ossi raus. Warte, wir machen es mal ein ganz klein bisschen schneller. ...geholfen hat, was so alles passiert ist. Und ich dachte, das ist jetzt mal eine gute Idee, um euch auf dem Laufenden zu halten. Was solche Aktionen... Boah, 85.000 Klicks, nee, 83.000. Und 73.000. Beides Platz 1 von 10. ...auslösen können. Und ob Askeron jetzt gut davon kam oder nicht gut davon kam und wie es jetzt mit mir aussah. Nicht wundern, unter mir ist jetzt gerade kein Chat. Nicht deswegen, weil ich offline bin. Also, das nehme ich hier gerade online auf. Problem ist gerade nur, dass Stream-Elements irgendwelche Probleme hat, den Chat unten anzuzeigen. Das ist ein bisschen schade. Aber der Chat existiert. Ja, das heißt, wenn ich mich manchmal auf den Chat beziehe, dann seht ihr den zwar nicht, aber der existiert tatsächlich. Genau. Wir haben jetzt übrigens auch gerade 1.670 Zuschauer, die das unbedingt gucken wollen, was es jetzt hier mit dem ganzen Zeug auf sich hat. Und mal schauen. Der Shuyoka-Effekt. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Weil heute, nee, gestern habe ich einen Tweet gemacht. Mit heute erkläre ich euch dank Askeron den Streitland-Effekt. Anhand von den letzten Videos auf meinen zwei Kanälen. Junge, Raib haut gerade 50 Euro raus. Ja, Junge, vielen, vielen, vielen lieben Dank für 50 Euro. Er schreibt dazu, habt ihr auf Twitch mal geschrieben wegen den 10.000-Bit-Support an alle Twitch-Streamern, die Kevin Itz unterstützen. Ach was, Junge, holy shit. Bro, vielen, vielen lieben Dank. Ohne Scheiß, ohne Askeron wäre Raib nicht auf meinen Kanal gekommen. Der hat unfassbar supportet. Der hat einfach über 500 Subs auch hier dagelassen. Ich wollte es nur an der Stelle sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ein Herz für Askeron einfach. Askeron ist einfach der coolste Typ. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Okay, zumindest habe ich das eingeblendet oder beziehungsweise einen Tweet gemacht und habe halt so gezeigt, ja, guck mal hier, das lief ja gar nicht so schlecht. Ich habe da in drei Stunden 83.000 Aufrufe gemacht, was unfassbar viel ist, muss ich mal so. Ja, ich glaube, auf meinem Zweitkanal ist auch tatsächlich ein Video zu Shuyoka jetzt, was das meistgeklickte. Und zwar das, wo, warte mal, das, wo, ich glaube, das mit der Antifa, oder? Wartet. Ja, genau. Antifa distanziert sich von Shuyoka. Das hat jetzt 22.000 Klicks nach zwei Tagen. Das ist das größte Video auf dem Zweitkanal. Geht aber leider nur drei Minuten. So sagen. Und ich habe jetzt mittlerweile auf dem Kanal in Binnen von, ich weiß gar nicht, von einem Tag, in Binnen von einem Tag 234.000 Aufrufe. Also da danke ich natürlich auch ein Stück weit Askeron. Ohne dich wäre das so und derfum nicht möglich gewesen. Gleiches gilt auch so ein bisschen auf dem Incaf-Kanal. Genau, das hat dann nach acht Stunden 73.000 Aufrufe, was mit dem Kanal mit 100.000 Abos auch gar nicht so schlecht ist. Da können wir auch mal kurz gucken. Und vor allem im Vergleich zu seinen anderen Videos. Ja, genau. Hier, pass auf, ihr seht. Ja, vergleicht das mal. Hier, das hier hat nach drei Stunden 8.000. Das hier hat nach sieben Stunden 17.000. Das hier hat nach einem Tag 17.000. Ich habe wirklich starke Schmerzen, das stimmt. Ah, ihr habt den Chat hier auf der linken Seite. Ja, nice. Ich wurde entbannt hier. Das hat 89.000 Aufrufe. Und das war eine normale Reaction. Und die anderen haben so 10.000 bis 20.000, wie es aussieht. Sehr, sehr, sehr geil. Okay, perfekt. Dankeschön. Wir wissen, dass du sehr, sehr starke Schmerzen hast. Wann ist das eine sehr, sehr krasse Sache? Jetzt kommt der Alert 10.000 Mal. Warte, ich muss das versuchen, warte. Das aktualisieren. Okay, wir machen weiter. Ja, ich habe dann darunter noch geschrieben. Na komm, ich hänge noch den Twitch-Stream hinten ran. Jetzt ging es um folgenden Stream. Und zwar den Comeback-Stream. Mal schauen, was Askeron uns da aufs Blatt gezaubert hat. Und zwar 1.775 Zuschauer im Durchschnitt. Das haben wir jetzt gerade, by the way, auch. Alter, ich bin neidisch. Kuchen-Raid mal wieder. Fast genau 1.775. Das war aber im Durchschnitt gewesen. Das war nicht mein höchste oder so. Denn das war 2.600. Das war einfach 1.000 mehr als der Stream zuvor. 1.703 neue Subs. Auch an der Stelle. Das hat aber richtig geholfen. Also da hat Shuyoka mal wieder, ja, da hat Shuyoka mal wieder gut ihren Gegnern geholfen. Weil sie hat ja erstmal überhaupt einen Gegner erzeugt. Alphaket war ja zuvor kein Gegner. Jetzt schätze ich mal schon, dass er ein Gegner ist, wo man seinen Kanal einfach hat sperren lassen. Und dann hat sie ihm halt noch sowas hier ermöglicht. Das war strategisch gesehen schon sehr smart. Dankeschön, Askoron. Ja, ich weiß das wirklich zu schätzen. Auch wenn du mir mein Placement verhauen hast und du trotzdem eigentlich auch drauf sitzen bleibst auf diese Kosten. Oder ich auch unter anderem mit drauf sitzen bleibe. Das weiß ich trotzdem natürlich zu schätzen. Weil ohne dich wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. 1.700 Subs im Stream zu bekommen. Das bekommt vielleicht sehr große, also die größten Streamer mit irgendwelchen krassen Special-Streams oder so. Und deswegen Dankeschön. Ja, muss ich wirklich sagen. Okay, wir machen natürlich weiter. Boah, ich will auch von Shuyoka gestrikt werden. Wir reagieren jetzt nachher einfach auf einen Shuyoka-Stream komplett. Reagieren einfach auf einen komplett Shuyoka-Stream in der Hoffnung, dass Askoron da meinen Kanal dicht macht. Wir gehen jetzt natürlich von Kanal zu Kanal, gucken uns die Statistiken an und da freuen wir uns, denke ich, alle zusammen. Wai haut gerade noch 1.000 Bits raus, vielen Dank dafür. Kosten, welche Kosten, ehrlich, vielen lieben Dank. Genau, und da gehen wir jetzt gleich drauf ein, aber eine Sache möchte ich noch sagen. Folgendes hat nämlich Askoron geschrieben, nachdem ich das gepostet habe, weil ich poste das natürlich mit einem Hintergrund, dass Askoron versteht, dass seine Aktion mir extrem schadet. Er hat geschrieben, nee du, da mache ich mir keine Sorgen, in der Woche bist du wieder bei 500 Viewern und genauso irrelevant wie vorher. Finde ich. Wie viele Viewer hat eigentlich Askoron so? Und wie viele Zuschauer, die keine Hate-Watcher sind, hat Shuyoka? Frech, finde ich frech, weil er impliziert damit, dass ich vor einem Monat oder vor zwei Monaten nur 500 Zuschauer im Schnitt hatte. Ist ja wohl eine Frechheit. Ist ja wohl eine absolute Frechheit, wenn man sich jetzt hier einfach mal die Statistiken anschaut. Dann hatte ich im letzten Monat durchschnittlich 950 Zuschauer, 830 Zuschauer davor, im Juni 820 Zuschauer, davor 1600 Zuschauer im Schnitt und davor 550. Ich hatte das letzte Mal im April 2024 über 500 Zuschauer im Schnitt. Dass er mir jetzt so kommt, als hätte ich davor nur 500 Zuschauer gehabt, ist eine Frechheit. Geht nicht. Außerdem sind 500 Zuschauer brutal viel. Und das musst du erst mal trotzdem auf lange Sicht so halten, weil ich habe jetzt ungefähr diese... Ja, ich kann auch nicht verstehen, wie man Alpha Kevin ernsthaft schaut, aber ja... Die Zuschauer zahlt. Nein, Spaß, Alpha Kevin. Ich bin cool mit Alpha Kevin. Seit September 2022. Lustigerweise seit diesem Skiros-Ding damals. Ja, aber ist ja wohl eine Frechheit, mir das so vorzuwerfen. Also so weit kommt es noch. Jan, danke für den Sub und auch danke für die 100 Bits von euch beiden. Polly und auch Little Lena. Ja, okay. Wir gehen mal über ins YouTube-Business. Wir gehen mal über ins YouTube-Business. Denn wir gucken mal, ob da der Streisand-Effekt auch mit am Start war. Ob ich profitiert habe oder ob ich nicht profitiert habe. Also natürlich auf Twitch-Ebene habe ich in dem einen Stream nicht profitiert, weil da war ein Placement drin. Da waren, wie immer, war das ein Stream, wo ich eigentlich sechs Videos vorproduziere. Und praktisch von den sechs Videos konnte ich keine Einnahmen erzielen. Ja, was natürlich auch doof ist, weil das ist... Ja, das geht mir ähnlich. Aber warte mal, warum hat der dann die Einnahmen von dem... Hä? Der nimmt das doch auf, oder? Oder nimmt der den ganzen Stream dann von Twitch und lädt das dann in einzelnen Stücken gekartet hoch? Das würde aber gar keinen Sinn ergeben, oder? Also eigentlich sichert man sich doch die Aufnahmen gleich. Trotzdem wäre ich jetzt nicht komplett wenig. Also da ist natürlich trotzdem ein Verlust entstanden. Kurz darauf kam natürlich großer Support, aber der einzelne Stream fehlt mir dann trotzdem. Okay, wir gucken mal. Also er meint den Stream, der ja nicht stattgefunden hat. Okay, verstehe. YouTube-Hauptkanal. Nilo, danke für den Sub. So, ich glaube, es ist ziemlich gut erkennbar, ab wann es losging mit dem Bann. Das war der sechste, neunte... Ja, der... Nee, nee, also ich wurde gebannt. Am Abend, am Donnerstag, am fünften, neunten. Und am sechsten, neunten, haben wir hier auch schon am ersten Tag tausend Subs gemacht. Und ich bin hoch auf 281.000. Lustigerweise, wenn ihr jetzt hier mal schaut, dann seht ihr hier unten 285.000 im Binnen von fünf Tagen. Das sieht jetzt natürlich erstmal krass aus. Das ist natürlich auch krass, ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also mir wurde da heftig geschadet. Ja, Askorov? Was ist falsch mit seinem Overlay? Und du hast wirklich meinen Kanal gefühlt genommen. Denn den Tag darauf habe ich nochmal 1.000 Subs bekommen. Und natürlich hier Aufrufzahlen, 180.000 und 15.000, 73.000. Ja, aber das muss man auch an der Stelle einfach mal sogar Alpha Kevin anrechnen, weil... Ich meine, wir haben hier als Alternative Shuyoka. Da können wir doch auch ausnahmsweise mal auf Alpha Kevin Seite sein. Hier 180.000 und heute auch noch mal bis jetzt gerade 35.000. Ich hatte am Sonntag tatsächlich jetzt nicht irgendwie Abonnenten dazu... Also ich habe schon viele Abonnenten dazu bekommen. Dafür dann am Montag 2.000. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, aber es passiert selten, dass wir an einem Tag 2.000 Subs bekommen. Und es waren auch keine Bots, auch keine indischen Bots, keine Sorge. Ich habe schon geguckt. Und heute ist der Dienstag und da habe ich auch wieder 1.000 Subs bekommen. Und wir stehen sogar bei... Warte, ich kann euch das sagen, bei wie viel wir jetzt gerade stehen. Wir stehen jetzt bei 285.550. Ja, also wir nähern uns den 300.000. Ja, also Dankeschön natürlich auch dafür. Auch Asgeron, vielen Dank, dass du mir das auch so ein Stück weit ermöglicht hast durch den Content und so weiter. Absoluter Ehrenmann, dieser Asgeron. Also wirklich, der... Guck mal, der meint das eigentlich gut. Der ist so... Was ist, wenn Asgeron Doppelagent ist? Schon mal darüber nachgedacht? Was ist, wenn der so im Team Shuyoka ist, aber dann von dort aus so viel Schwachsinn macht, dass er eigentlich unserem Team wieder hilft? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ne, Deadfly, auch danke für deinen Sub. Und Suiko, danke für die 245-Bitze. Ganz, ganz viel Liebe. Tamiline, auch danke für deinen Sub. Wir gehen über zum Incaf-Kanal. Ja, also ihr habt jetzt gesehen, okay, yo, YouTube-Kanal, sehr nice. Wir können auch ganz kurz mal gucken, wie jetzt gerade der YouTube-Kanal aussieht und performt. Der Hauptkanal, der performt gerade nicht schlecht. Letztes Video. Ja, und vor allem so im Vergleich. Also schauen wir mal hier rein. Da hat er 50.000, da etwas über 100.000, 30.000, 80.000, also so 100.000 im Schnitt, könnte man sagen. Und dann hier 200.000, 160.000, über 200.000. Also die laufen schon überdurchschnittlich. 2.34.000, 160.000, 2.14.000. Ist auf jeden Fall ganz stabil. Und wir gucken jetzt einfach mal. Junge, seid freundlich, haut nochmal 1.000 Bits raus. Vielen Dank auch dafür. Junge, bester Mann. Kuss geht raus. Auf dem Incaf-Kanal, ja, ist mein Zweitkanal. Der hatte jetzt zuletzt die 100.000 Abonnenten geknackt. Und dann war es kurz ein bisschen ruhig gewesen. Bis ich halt hier gebannt wurde. Ja, das war der Donnerstag. Ich hab dann in der Nacht, boah, das war dann aber gegen 0 Uhr, hab ich dann ein Video hochgeladen. Ihr seht dann auch hier 115.000 Aufrufe an dem Tag gehabt. Ich bleib dabei. AskCarn ist ein Doppelagent. Also könnte er sein. Nein, ist er nicht. Aber er wäre auf jeden Fall ein besserer Doppelagent, als er ein Copyright-Agent ist. Also er wäre in der Funktion besser. Und direkt 1.000 Subs bekommen. Am Samstag nochmal 1.000 Subs bekommen. Ich hab dann diesen zwei Tag nochmal 200.000 Aufrufe bekommen. Auch hier nochmal. Wird ähnlich bei 200.000 Aufrufen sein. Also auch da ein großes Dankeschön. Weil dadurch hab ich wieder im Monat 4.000 Subs. Was viel ist. Was viel ist für einen Zweitkanal. Einfach für einen Reaction-Kanal ist das definitiv sehr heftig. Ich schreib dadurch grüne Zahlen. Das ist natürlich eine sehr auffreuliche Nachricht, muss ich an der Stelle sagen. Deswegen Dankeschön dafür. Auch AskCarn, Dankeschön an dich. Weil das wäre ohne dich höchstwahrscheinlich nicht möglich gewesen. Brettspiel-Podcast, auch Dankeschön für die 400 Bits. Welcome back. Ich danke dir. Okay. Das war der Incaf-Kanal. Da können wir auch mal ganz kurz gucken. Ich hatte es eigentlich eh schon aufgehabt, aber wir können es auch hier nochmal machen. Ich sag mal so. Ich hatte hier genau, ich hatte hier drüber geredet, über diese ganze Thematik. Hier mit, ich wurde von Jayoka, AskCarn auf Twitch gebannt. 130.000 Aufrufe auf dem Reaction-Kanal, by the way. Dann ein Update dazu, einen Tag danach. Und so allein im Vergleich. Normal macht der so 20.000. Im Schnitt wahrscheinlich so um die 20.000. Und dann auf einmal über 100.000. Das ist halt schon ganz klar so. Die Ungerechtigkeit, die wird von den YouTube-Viewern schon nicht so einfach hingenommen. Da wird schon, ähm, ja dann ab dem Moment rein supportet. Ne, am gleichen Tag sogar, wobei ein paar Stunden danach, sagen wir es mal so, hat 113.000 Aufrufe. Ähm, und hier jetzt, da habe ich gestern drauf, äh, oder habe ich das gestern hochgeladen, hat auch knapp 90.000 Aufrufe. Ja, also die drei Videos auch insgesamt sind wir da bei drei bis vier, 350.000 Aufrufe ungefähr. Ne, deswegen, ähm, AskCarn auch an der Stelle, danke schön dafür. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man mir, ähm, so viel Support bietet in so einer schweren Zeit. Ja, weil mein Kanal, ohne Scheiß, ich habe Realtalk davor D-Abos gemacht. Ja, Realtalk, es gab so ein paar Tage, da habe ich so Plus-Abos gemacht, dann mal wieder ein paar Tage, gerade jetzt in der Zeit, kam es so ein paar D-Abos. Ja, also bei Twitch läuft es bei mir gerade auch nicht so krass, aber dafür war ich halt auch einfach zu viel weg. Also, das ist halt schon eigenverschuldet an der Stelle. Ich habe mich auf einmal so ein übelsten Boost. Ohne Scheiß, meine Statistik, die sieht, das muss ich euch noch zeigen, die Statistik, die sieht brillant aus. Ja, ich dachte schon, scheiß, Mann, mein Kanal, der, der, der macht gerade D-Abos und auf einmal macht er hier tausende Abos mit einem Mal. Deswegen, danke, das ist, äh, das ist sehr cool. Okay, wir gehen mal auf Twitch. Gehen mal rein auf Twitch, äh, it's valid, danke schön für den Sub. Mal schauen, was da passiert ist. Okay, folgendes, ich habe hier sogar ein Follow, ein D-Abo bekommen oder ein D-Follow bekommen. Habe hier so ein paar Follower gemacht, ne, alles entspannt gewesen. Am Donnerstag wurde ich dann hier gebannt und am Sonntag entbannt und habe 340 Follower dazu bekommen, 855 Follower und danach 404 Follower. Ja, was steht fest? Ascoron, absoluter Ehrenmann, oder? Ich glaube, wir schauen uns das jetzt gar nicht mehr ganz an. Ähm, ich hatte es einfach nur mal so ein bisschen interessiert, da reinzuschauen. Ähm, hier seht ihr übrigens noch die, die Abos, die reinkamen. Ja. Ascoron, Ascoron, sei Dank. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Äh, ist Ascoron ein Doppelagent? Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr meint. Ich meine, Copyright-Agent, Doppelagent liegt jetzt auch nicht so weit auseinander. Und soll ich mal versuchen, als nächstes von Twitch gesperrt zu werden? Ich will auch die ganzen Klicks haben. Kappa. Schaut bei Twitch vorbei, lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns ganz bald wieder.